Sein Befreiungsschlag kommt nicht raus. Er schaltet ab, den kriegt doch keiner mehr. Doch Pfeil kratzt ihn von der Linie. Schnellbacher ist da. Macht das 1 zu 0. Und jetzt Jakobsen mit der Chance zum Doppelpack. Und Jakobsen macht das 2 zu 0. 19. Spielminute der Spitzenreiter in der Spur. Da kann man sich auch schon mal mit einem Mützchen feiern lassen. Und Elversberg blieb dran. Wieder Volte Made sieht Jakobsen starten. Jakobsen rein in den 16er. Vorbei Ansapay. Er hat den Kopf oben. Wohin damit? Das kurze Eck ist auf. Und er macht das 3 zu 0. Und das ist rotzfrech. Und wieder heißt das Duell Jakobsen gegen Funk. Und wieder macht's der Jakobsen. 4 zu 2. Das ist die Entscheidung. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.